Und jetzt habe ich hier jemanden, der noch was sagen möchte. Ja, hallo erstmal alle zusammen. Wir sind hier von Untermassfeld. Wir haben das Glück, nächstes Jahr euch alle begrüßen zu dürfen bei uns. Ich möchte gleich ein bisschen was buntes hier hängen, damit ihr wisst, wann ihr wohin müsst. Ich mach's kurz. Nächstes Jahr in Thüringen, das erste Mal in den neuen Bundesländern. Wo geht's nächster hin? Nach Thüringen! Wohin? Nach Thüringen! Also, wir freuen uns, aber jetzt genießen wir die Party hier beim Stöcks. Gutes Killing!